Schaut mal Leute, das ist mein Insta-Profil und falls es jemanden interessiert, da haue ich immer die ganzen News rein, die den ganzen Tag so aufpoppeln. Ich gebe euch da mal einfach einen kleinen Überblick. Also falls ihr up-to-date bleiben wollt und meinen Selbst zu den aktuellen News verfolgen wollt, dann müsst ihr mir hier folgen und bei den etwas böseren News bin ich natürlich auch hier verfügbar. Ich meine, ich als der Oberschwurbler und als der Obernazi und als der Oberklimaleugner, wie könnte ich da ohne diese Plattform auskommen? Haut rein!